Einkaufen ist so schwierig geworden. Soll ich lieber die Bio-Karotten in Plastik kaufen oder lieber die normalen ohne Plastik? Die regionalen Zwiebeln oder lieber die Bio-Zwiebeln aus Ägypten? Und lieber Joghurt im Plastikbecher oder doch im Glas? Plastik ist böse, Glas ist aber schwer und verursacht beim Transport mehr CO2. Was brauche ich noch? Milch? Kuhmilch? Nee, lieber Hafermilch, oder? Aber die ist so teuer und zur Zeit muss ja jeder sparen. Vielleicht dann lieber, ah nee, das ist von Nestle. So einen ausbeuterischen Großkonzern will ich dann auch nicht unterstützen. Ach, ich glaube, ich lasse das mit dem Einkaufen einfach bleiben und gehe auf Wasser- und Brotdiät. Aber welches Brot? Ob der Bäcker hier im Ort noch selber backt oder auch nur eine Backmischung benutzt? Ich könnte es auch selbst backen mit Mehl, das ich selber herstelle aus meinem eigenen Weizen, den ich im Garten anbaue. Ach, aber es ist Winter. Verdammt.